Ich bin Tonja Hüberli und ich bin Nina Bettschart und wir sind im Beachvolleyball für die Olympischen Spiele selektioniert worden und freuen uns riesig auf dieses Erlebnis. Wir sind jetzt hier in Lutherbach für Kleiderabgabe für unser erstes Olympisches Spiel und es fühlt sich an wie ein Aufwärmen und man merkt einfach, dass jetzt der Moment langsam näher kommt und die Vorfreude wird grösser auf jeden Fall. Zuerst sind wir beim Check-In empfangen und haben eine Liste bekommen mit allen Kleidern, die wir grösser darauf eintragen können. Nachher sind wir hier reingekommen und haben alle Kleider zuerst mal gesehen und haben dann angefangen bei den Jacken und Shirts, haben nachher noch die Leggings und Hosen probieren und ganz am Schluss dann noch die Schuhe und sind währenddessen allgut beraten worden und haben so unsere Kleider ausgesucht. Und dann haben wir unsere Liste abgegeben vom Check-Out, die wird jetzt für uns zusammengestellt. Ja, mein Lieblingskleidungsstück ist das, was ich jetzt gerade an habe, weil es für mich auch nicht immer ganz einfach ist, Kleider zu finden, die mir perfekt passen, weil ich relativ gross bin und das Jacken finde ich sehr angenehm und es ist auch wirklich lang geschnitten und ich freue mich sehr, das zu tragen. Mein Lieblingsstück aus dieser Kollektion ist Roger. Ich habe mir auch schon selber mal so einen Schuh geleistet, weil ich einen sehr schönen Schuh finde und ich freue mich natürlich mega, dass ich dort auch so als Olympia-Schuh bin. Ja, also jetzt, als wir diese Kleider haben, freue ich mich extrem, den Koffer noch ganz zu füllen mit allen anderen Sachen, die wir auch noch mitnehmen werden. Und bald endlich losfügen Richtung Tokio und unsere ersten Olympischen Spiele anzureisen. Und ja, wir freuen uns mega auf dieses Erlebnis und hoffen, dass wir eine gute Performance haben. Ja. Ja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017